Ach, das ist eh nur eine Miasma-Wurzel, aber das wurde ja von... Wurde das gesagt, dass du eine Miasma-Wurzel bist? Ja, Miasma-Wurzel, aber halt, höhere Stufe, kommen wir nicht hin. Gut, es hat sich erledigt. Ich hab vorhin den Ausgang gesehen, irgendwo. Jo, das geht ziemlich schnell runter. Oder ich versuche jetzt doch endlich mal, meine Basis abzugraden. Schau, wie das LP sind, da hast du jetzt gar nicht... Dieses Blau ist so schön, welches Blau? Das Blau. Ja, man kann doch auch Leuchtblöcke irgendwann kriegen, oder? Das habe ich auch schon irgendwo gesehen. Blauen Leuchtblöcke. So, das zeige ich, eine Pflanze. Gut, da wir wirklich Probleme kriegen langsam. Ich hasse die Nacht. Ich hasse die Nacht. Eieiei, ich versuche mal, die Basis auszubauen. Hättest du schon haben können? Halt die Hacke mal rein. Nein? Ich halte meine Hacke da nicht rein. Ich mag meine Hacke. Deswegen dieses Blau so schön. Aber das erhöht ja nur... Ja, genau. Im Zweifelsfall, alles mal abbauen. Ah! Ah! Erstmal Passierstuf. Zwei. Und drei. Und dann... Okay. Charakter-Attributs-Boni. Wir brauchen... Miasmarholz, Feuerstein und Kohle. Ja, Feuerstein ist gar kein Problem. Miasmarholz... Hab ich alles verbraucht? Ist auch kein Problem. Und Kohle auch nicht. Okay. Das kann ich nicht anheften, oder? Nö. Also. Wir brauchen Holz für Kohle. Feuerstein und Miasmarholz. Gut. Machen wir das mal. Ah ja, so clever war nur einen Eingang hier reinzubauen in die Basis. Geh mal drunter raus. So. Erstmal Holz für Kohle. Jetzt fahren wir halt doch noch ein bisschen, ne? Aber auch lang gebraucht, dass man alles abbauen kann. Ja. Da bin ich halt nicht so, ne? Da bin ich noch nicht experimentierfreundlich. Weil ich hab doch ganz viel Kohle. Was mach ich hier eigentlich? Moment. Moment. Na ja, ich muss Kohle holen. Ja, manchmal ist mir echt nicht zu helfen. Aber. Das ist dann wirklich mein Problem. So. Feuerstein. Ja, ist mal Holz. Feuerstein haben wir richtig viel vor der Basis. Aber wir reparieren und machen mal Tag. Das ist nicht diese Nacht. Sie haben die Nacht wirklich geil gemacht. Aber wenn es nicht sein muss. Ne. Kommt mal nix vorbei. Egal welchem Spiel. Ja, richtig so. Und jetzt hat man endlich mal ein Spiel, wo man wirklich alles abbauen kann. Außer Minecraft. Was auch noch gut aussieht. So wie Minecraft. Und. Ich baue trotzdem nicht alles ab. Aber. Den Spot kennt ihr bestimmt, oder? So. Feuerstein ganz am Anfang vom Spiel. Und richtig viel. Ich glaube, ich habe allein durch das Abbauen hier für die Dächer, für die Basis, zwei Level gemacht. So. Und wenn ich mir jetzt gemerkt hätte, wie viel Feuerstein wir brauchen, dann wäre das sogar noch besser. Und ja, hier ist richtig viel Feuerstein. Was? Gut, diese 10? 10? Ah, 10. Das hier, ich weiß, es ist ein Detail, aber es macht die Welt sofort lebendiger. Dass der Wolf oder die Wölfe einfach Schafe reißen. Es ist total unnötig. Total unnötig für das Spiel. Aber es macht die Welt sofort lebendiger. Da ja eh wenig kommunikative NPCs in der Welt sind, ist das aber schön. So. Wie viel haben wir? 17. Dann holen wir jetzt noch ein Jasmerholz. Total unnötig, aber... Ne? Direkt nach dem Spawn rechts an der Klippe ist auch richtig viel... Ja, stimmt. Da ist auch eine Stelle, wo richtig viel drin ist. Ich werde gemerkt, wie viel Jasmerholz ich brauche. Ich frage den Freund. So, ich glaube, ein Bäumen geht noch. Ja, Sachen merken. Das ist eine große Stärke von mir. Blöde ist es wird immer schlimmer mit Sachen merken. Wie viel haben wir? 18. Ah, reich bestimmt. Das war falsch. Wo geht es hin? Ich habe mich verdrückt. 10 oder 20? Nein, doch nicht 20. Das ist... Nein. 10. Flammenstufe erhöht. Schleim, Funken, Indigo... Brut, ihr Lichtwürmkopf. Wo kriege ich den denn? Ich habe hier... Moment. Oh, ist meine Kopfsammlung? Gar nicht. Da. Das ist das Bollwerk-Schmetterling von... Gestern? Freitag? Ne, vom Freitag. Ne, kann nicht sein. Freitag? Mittwoch? Ich glaube, Mittwoch war es. Merken bin ich super. Perfekt. Ich merke mir alles. Würm klingt aber nach Drache irgendwie. Was ist das da? Bernstein. Guck, der Bernstein, ja. Kupfererz. Ja, Kupfererz bringt mir noch nichts, ne? Ich kann kein Kupfer schmelzen. Holzscheite, Miasma-Holz. Holzscheite, Miasma-Holz. Ja, okay. Ganz... Das nehmen wir mal alles mit. Gut, ähm, also wir haben eine Stufe erhöht. Ich weiß nicht, was es bedeutet. Miasma-Holz. Miasma-Passierstufe 3. Zeite Miasma 7 Minuten. Keine... Komme ich da jetzt durch? Dem gehe ich nicht so empfehlen. Hm. Also was bedeutet jetzt Miasma-Pasierstufe 3? Wenn ich auf die Karte gucke. Uh. Da wird angezeigt. Das da ist nicht mehr rot. Moment. Da drüben ist noch rot auf der Karte. Das heißt, ich komme da jetzt durch. Weiß das das? Weiß das, ich komme da jetzt durch? Wir gucken nach. Kommst du weiter hoch? Uh, schön. Sehr schön. Dann gehen wir weiter erkunden. Ich habe selten ein Spiel. Wirklich selten. In dem das Erkunden so viel Spaß macht. Wie hier. Das letzte Mal bei Zelda. Aber nicht bei dem aktuellen. Also bei dem ersten Zelda für die Switch. Das, das, da habe ich alles erkundet. Mal alles angeguckt. Beim aktuellen, das, das habe ich noch nicht mal angefangen. Wir haben es geholt. Mein Sohn hat schon durchgespielt. Schmetterling. Was ist das? Ein Wolf. Ähm. Viele Wölfe. Ähm. Ich bin gleich tot. Ich habe nicht gesehen, welche Stufen wir haben. Die von neuem. Teleportiere doch durch. Die Gegner durch. Das ist ein Teleport. Das kann man nicht nur durch. Die Gegner durch teleportieren. Was trinken und essen, wäre auch. Das heißt, es, ja. Okay. Gut. So. Das war jetzt aber nur eine Feuersteinmine hier, oder? Das Feuerstein? Ja, es ist Feuerstein. Oder? Kann mir super Sachen merken, wie sie aussehen. Ja, Feuerstein. Ähm. Moment. Ich brauche aber irgendein Ziel. Verlassenes Jägerinnenlager. Was ist das denn? Ja, er ist der Bogen. Ein Bogen. Oder Pfeile. Ein knisternder Zauberstab. Sengender Karte. Zauberstab. Ein, 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 ein. Wo ist mein knisternder Zauberstab? 23. 20. Ja, ne. Es ist, so schnell wird man ausgetauscht. Ist auch ein Feuerzauberstab. Gut. Machen wir mal was besseres gefunden. Ich hab mich auch nix gesagt. Ne, Bogen. Nein. Wer hat Bogen gesagt? Keiner hat Bogen gesagt. Wir gehen. Da lang. Und dann nehmen wir das. Da waren wir doch gerade. Da waren wir doch gerade. Oder? Doch, da waren wir gerade. Vielleicht können wir die mir erstmal Wurzel jetzt mitnehmen. Dann gehen wir doch wieder. Da waren wir. Da waren wir gleich Hallo. Da war nix. Ah, da war nix. Der blickt mal wieder. Was denn? Was denn? Wer blickt denn hier? Hier blickt keiner. Hier blickt keiner aus. Wer hier Sachen unterstellt. Das ist ja schlimm. Stimmt, du bist aktiv. Den muss man hier aktivieren. So, wir suchen den hier erstmal. Jetzt ist hier überall Kupfer. Es ist gerade schwer, nicht Kupfer zu finden. Da auch? Ne, da ist Leben. Hier ist noch mehr Leben. Ah, hier oben drüber war man gerade. Ach so, ich muss ja wieder runter, ne? Ähm. Moment. Wo war, wo war die Hülle? Da, da ist die Hülle. Geronimo! Moment, wenn wir gerade da sind, ne? Mir wurde gesagt, ich muss alles mapen. Leuchtbewusst, Leuchtblock bei Werkballen. So, reicht. Sengen, da knistern, da. Da knistern, da ist der Stärkere, ne? Oh, Moment. Ist das, ist das jetzt wegen der Pflanze in den Lagerfeuern, oder? Ja, ich, ich stürze mich immer gerne in den Tod. Ich mache das immer so. Da ist Leuchtbücher. Oh, wo ist das denn? Pupfer. Oh! Fuck me! Oh! Das habe ich den Schuss nicht gehört, ne? Fuck it! Mirkt zum Beispiel, wie die Pflanze so rote... Ah, ja, ich habe die gehabt. Wieso sind hier Wölfe? Wir sind im Jasma. Fuck, habe ich mich erschrocken. Ah. Die Käfer sind echt übel. Ich habe mit Käfern gerechnet. Und dann werde ich von hinten zum Wolf fliegen. So ein Bastard ist. Ja, Rufen oder Pfeiler. Typischer Vorführer-Effekt. Das ist absolut, das ist umgekehrte Psychologie. Was ist das? Haben wir Eisenerz? Haben wir Eisenerz? Ja. Ich habe nichts gesagt, ne? Ich habe nichts gesagt. Das ist... Das Spiel trollt mich aber nur. Wenn ich was sage, dann kriege ich was nützlich. Wenn ich nichts sage, ja, dann kriege ich irgendwas für einen Punkt. Das ist Kupfererz? Das ist doch kein Kupfererz. Das Kupfererz sieht anders aus. Das sieht halt aus wie ein massives Kupfererz, ne? Also... Nicht Stein mit ein bisschen Kupfererz drin, sondern wirklich massives Kupfererz. Okay, das müssen wir uns wahrscheinlich nicht markieren. Ähm... Aber ich würde es so gerne beschriften, um zu sagen, ja, hier, Kupfererz. Ich kann nur das Kupferer abbauen. Das andere kann ich gar nicht. Das geht gar nicht weg, das andere. Ja, okay. Gut. Nicht gut. Nicht gut. Wir müssen irgendwie wieder hier raus und nach da oben geht's raus. Nein, geht es nicht. Ähm... Doch da. Da geht's raus. So. Wer so sagt, hat nicht mehr viel vor. Oder wie geht das? Wir haben aber noch einiges vor. Wir gehen mal... Ruhe des Oswald Anders. Ist der mit Thomas verwandt? Oder wie geht das? in in in